Haben wir die Frage beantwortet? Ja, wir haben alle Fragen beantwortet. Ja, wir haben alle Fragen beantwortet. Hast du ein paar Freunde gesehen? Ja, ich habe ein paar Freunde gesehen. Wann bist du nach Hause gekommen? Wann bist du nach Hause gekommen? Ich bin vor einer Stunde nach Hause gekommen. Wann wirst du Urlaub machen? Ich werde nächsten Sommer Urlaub machen. Wann wirst du morgen gehen? Nein, sie wird morgen nicht gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Wer ist gestern angekommen? Wer ist gestern angekommen? Ich kam gestern an. Ich kam gestern an. Wer ist gestern angekommen? Wer ist gestern angekommen? Ich kam gestern an. Wer hat das Haus geputzt? Ruth hat das Haus gereinigt. Wer hat das Haus geputzt? Ruth hat das Haus gereinigt. Wer hat das Haus geputzt? 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 Ruth hat das Haus gereinigt. Ruth und ich genossen den Film. Wer hat den Film genossen? Fred und ich genossen den Film. Man istämta'a bil Film? Fred und ich genossen den Film. Fred und ich genossen den Film. Wer hat Fred letzte Nacht angerufen? Jerry hat letzte Nacht Fred angerufen. Wer hat Fred letzte Nacht angerufen? Wer hat Fred letzte Nacht angerufen? Jerry hat letzte Nacht Fred angerufen. Wer hat Fred letzte Nacht angerufen? Wer hat Fred letzte Nacht angerufen? Jerry hat letzte Nacht Fred angerufen. Jerry hat letzte Nacht Fred angerufen. Jerry hat letzte Nacht Fred angerufen. Wer hat die Reise geplant? Wer hat die Reise geplant? Herr Thomas hat es geplant. Wer hat die Reise geplant? Wer hat die Reise geplant? Herr Thomas hat es geplant. Herr Thomas hat es geplant. Wer hat die Reise geplant? Wer hat die Frage beantwortet? Gene hat geplant. Gene hat geplant. Gene hat geplant. Wer hat die Frage beantwortet? Gene hat geplant. 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 Wer hat die Arbeit beendet? Helene beendete es. Wer hat die Arbeit beendet? Helene beendete es. Wer hat die Arbeit beendet? Helene beendete es. Wer hat Radio gehört? Die Kinder hörten es. Wer hat Radio gehört? Die Kinder hörten es. Wer hat Radio gehört? Wer hat Radio gehört? Die Kinder hörten es. Wer hat Radio gehört? Versucht zu helfen? Wir haben alle versucht zu helfen. Wir haben alle versucht zu helfen. Wir haben alle versucht zu helfen. Man haawele al Musaada, wir haben alle versucht zu helfen. Wer hat den Unterricht gemacht? Wir haben es geübt. Wer hat den Unterricht gemacht? Wer hat den Unterricht gemacht? Wir haben es geübt. Wer hat das Auto angehalten? Jerry hielte das Auto an. Wer hat das Auto angehalten? Jerry hielte das Auto an. Wer hat das Auto angehalten? Wer hat das Auto angehalten? Jerry hielte das Auto an. 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 Wer hat euch geholfen? Jane hat mir geholfen. Jane hat mir geholfen. Wer hat die Frage gestellt? Wer hat die Frage gestellt? Ruth fragte es. Ruth fragte es. Ruth fragte es. Ruth fragte es. Wer mochte den Film. Wer mochte den Film? Die Kinder mochten es. Wer mochte den Film? Wer mochte den Film? Wer mochte den Film? Wer mochte den Film? Die Kinder mochten es. Wer ist in den Park gegangen? Die Jungs gingen in den Park. Wer ist in den Park gegangen? 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 Die Jungs gingen in den Park. Wer hat mit Herrn Thomas gesprochen? Die Studenten haben mit Herrn Thomas gesprochen. Wer hat mit Herrn Thomas gesprochen? Wer hat mit Herrn Thomas gesprochen? Die Studenten haben mit Herrn Thomas gesprochen. Die Studenten haben mit Herrn Thomas gesprochen. Wer hat mit Herrn Thomas gesprochen? Die Studenten haben mit Herrn Thomas gesprochen. Wer brauchte einen Bleistift? Ich brauchte einen Bleistift. Wer brauchte einen Bleistift? Ich brauchte einen Bleistift. Ich brauchte einen Bleistift. Wer brauchte einen Bleistift? Ich brauchte einen Bleistift. Wer hat auf die Kinder gewartet? Ruth wartete auf die Kinder. Wer hat auf die Kinder gewartet? Ruth wartete auf die Kinder. Wer hat auf die Kinder gewartet? Ruth wartete auf die Kinder. Wer hat auf die Kinder gewartet? Ruth wartete auf die Kinder. Ruth antwortete auf die Kinder. Wer wollte Kaffee? Herr Thomas wollte Kaffee. Wer wollte Kaffee? Herr Thomas wollte Kaffee. Wer wollte Kaffee? Wer wollte Kaffee? Wer wollte Kaffee? Wer wollte Kaffee? Wer hat sich entschieden zu gehen? Jamie entschied sich zu gehen. Wer hat sich entschieden zu gehen? Wer hat sich entschieden zu gehen? Wer war gestern bei Mary? Wer war gestern bei Mary? Wir haben gestern Mary besucht. Wer war gestern bei Mary? Wer war gestern bei Mary? Wer war gestern bei Mary? Wir haben gestern Mary besucht. Wer war gestern bei Mary? Wer war gestern bei Mary? Man zahra Mary ams. Wir haben gestern Mary besucht. Wir haben gestern bei Mary. Wir haben gestern bei Mary gesagt. Wir haben gestern bei Mary... Wir haben gestern bei Mary, wer hat die Frage wiederholt? Die Schüler wiederholten die Fragen. Die Schüler wiederholten die Fragen. Wer hat die Frage wiederholt? Die Schüler wiederholten die Fragen. Die Schüler wiederholten die Fragen. Hast du in der Schule Englisch gelernt? Ja, ich habe in der Schule Englisch gelernt. 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 Ja, er kam um 8 Uhr an. Ja, er kam um 8 Uhr an. Ja, ich habe in der Schule Englisch gelernt. Hast du die Arbeit gefertigt? Ja, ich habe es gestern gefertigt. Hast du die Arbeit gefertigt? Ja, ich habe es gestern gefertigt. Ja, ich habe es gestern gefertigt. Hat Ihnen der Film gefallen? Ja, der hat Ihnen sehr gefallen. Ja, der hat Ihnen sehr gefallen. Ja, ich habe es gestern gefertigt. Ja, ich habe es gestern gefertigt. Ja, ich habe es gestern gefertigt. Das heißt, wir haben alle Fragen beantwortet. Haben wir die Frage beantwortet? Ja, wir haben alle Fragen beantwortet. Ja, wir haben alle Fragen beantwortet. Ja, wir haben alle Fragen beantwortet. Hast du letzte Nacht geübt? Ja, ich übe letzte Nacht. Hast du letzte Nacht geübt? Hast du letzte Nacht geübt? Ja, ich übe letzte Nacht. Bist du in den Park gegangen? Ja, ich bin in den Park gegangen. Bist du in den Park gegangen? Ja, ich bin in den Park gegangen. Bist du in den Park gegangen? Ja, ich bin in den Park gegangen. Ja, ich bin in den Park gegangen. Ja, ich bin in den Park gegangen. Ja. Haben die Schüler mit Herrn Thomas gesprochen? Ja, sie haben mit Herrn Thomas gesprochen. 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 Ja, ich bin in den Park gegangen. Ja, sie haben mit Herrn Thomas gesprochen. Ja, sie brauchten Hilfe. Ja, sie brauchten Hilfe. Hat Ruth auf Patty gewartet? Ja, sie wartete auf Patty. Hat Ruth auf Patty gewartet? Ja, sie wartete auf Patty. Hat Ruth auf Patty gewartet? Ja, sie wartete auf Patty. Hat Ruth auf Patty gewartet? Ja, sie wartete auf Patty. Wollte Jane Kaffee? Ja, er wollte Kaffee. 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 Hast du dich entschieden zu bleiben? Ja, ich entschied mich zu bleiben. Ja, ich entschied mich zu bleiben. Hast du dich entschieden zu bleiben? Ja, ich entschied mich zu bleiben. Hast du dich entschieden zu bleiben? Ja, ich entschied mich zu bleiben. Hast du dich entschieden zu bleiben? Ja, ich entschied mich zu bleiben. Ja, ich entschied mich zu bleiben. Hast du zu Hause Englisch gesprochen? Ja, wir sprachen Englisch zu Hause. Hast du zu Hause Englisch gesprochen? Hast du zu Hause Englisch gesprochen? Ja, wir sprachen Englisch zu Hause. Ja, wir sprachen Englisch zu Hause. Ja, wir sprachen Englisch zu Hause. Bist du nach Paris gegangen? Bist du nach Paris gegangen? Bist du nach Paris gegangen? Ja, ich ging nach Paris. Ja, ich ging nach Paris. Ja, ich ging nach Paris. Hast du ein paar Freunde gesehen? Ja, ich habe ein paar Freunde gesehen. Ja, ich habe ein paar Freunde gesehen. Hast du ein paar Freunde gesehen? Ja, ich habe ein paar Freunde gesehen. Ja, ich habe ein paar Freunde gesehen. Ja, ich habe ein paar Freunde gesehen. Hast du einen neuen Mantel gekauft? Ja, ich habe einen neuen Mantel gekauft. Hast du einen neuen Mantel gekauft? Ja, ich habe einen neuen Mantel gekauft. Hast du einen neuen Mantel gekauft? Hast du einen neuen Mantel gekauft? Hast du Herrn Thomas getroffen? Ja, ich habe Herrn Thomas getroffen. Hast du Herrn Thomas getroffen? Ja, ich habe Herrn Thomas getroffen. Ja, ich habe Herrn Thomas getroffen. Hast du Herrn Thomas getroffen? Hast du Herrn Thomas getroffen? Ja, ich habe Herrn Thomas getroffen. Ja, ich habe Herrn Thomas getroffen. Ist Jerry früh gegangen? Ist Jerry früh gegangen? Ja, er ist früh gegangen. Ja, er ist früh gegangen. Ist Jerry früh gegangen? Ist Jerry früh gegangen? Ja, er ist früh gegangen. 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 Hast du eine Wohnung gefunden? 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 Ja, ich habe eine Wohnung gefunden. Bist du letzte Woche in die Staaten gekommen? Ja, ich bin letzte Woche in die Staaten gekommen. Bist du letzte Woche in die Staaten gekommen? Ja, ich bin letzte Woche in die Staaten gekommen. Bist du letzte Woche in die Staaten gekommen? Bist du letzte Woche in die Staaten gekommen? Ja, ich bin letzte Woche in die Staaten gekommen. Bist du nach Chicago gegangen? Nein, ich bin nicht nach Chicago gegangen. 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 Ich ging nach New York. Bist du nach Chicago gegangen? Nein, wir haben kein Französisch gesprochen. 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 Wir sprechen Englisch. Wir sprechen Englisch. Wir sprechen Englisch. Wir sprechen Englisch. Hast du zu Hause Französisch gesprochen? Haben Sie Ihren Bruder in Paris gesehen? Haben Sie Ihren Bruder in Paris gesehen? Nein, ich habe meinen Bruder in Paris gesehen? Nein, ich habe meinen Bruder in Paris gesehen. Nein, ich habe meinen Bruder nicht gesehen. Nein, ich habe meinen Bruder nicht gesehen. Ich habe ein paar Freunde gesehen. Haben Sie Ihren Bruder in Paris gesehen? Nein, ich habe meinen Bruder in Paris gesehen. Haben Sie Ihren Bruder in Paris gesehen? Haben Sie Ihren Bruder in Paris gesehen? Haben Sie Ihren Bruder in Paris gesehen? Nein, ich habe meinen Bruder in Paris gesehen. Nein, ich habe meinen Bruder nicht gesehen. Nein, ich habe meinen Bruder nicht gesehen. Ich habe ein paar Freunde gesehen. Hat Fred ein neues Auto gekauft? Nein, er hat kein neues Auto gekauft. Er hat einen alten gekauft. Hat Fred ein neues Auto gekauft? Hat Fred ein neues Auto gekauft? Nein, er hat kein neues Auto gekauft. Nein, er hat kein neues Auto gekauft. Er hat einen alten gekauft. Hat Fred ein neues Auto gekauft? Hat Fred ein neues Auto gekauft? Nein, er hat kein neues Auto gekauft. Er hat einen alten gekauft. Hat Ruth Herrn Thomas getroffen? Hat Ruth Herrn Thomas getroffen? Hat Ruth Herrn Thomas getroffen? Nein, sie hat Herrn Thomas getroffen? Nein, sie hat Herrn Thomas getroffen. Sie traf Herrn Jean. Sie traf Herrn Jean. Hat Ruth Herrn Thomas getroffen? Nein, sie hat Herrn Thomas nicht getroffen. Nein, sie hat Herrn Thomas getroffen. Sie traf Herrn Jean. Sie traf Herrn Jean. Ist Jerry früh gegangen? Ist Jerry früh gegangen? Nein, er ist nicht früh gegangen. Nein, er ist nicht früh gegangen. Er ist spät gegangen. Ist Jerry früh gegangen? Ist Jerry früh gegangen? Ist Jerry früh gegangen? Ist Jerry früh gegangen? Nein, er ist nicht früh gegangen. Nein, er ist nicht früh gegangen. Nein, er ist nicht früh gegangen. Ist Jerry früh gegangen? Nein, er ist nicht früh gegangen. Er ist spät gegangen. Bist du letzten Monat in die Staaten gekommen? Nein, ich bin letzten Monat nicht in die Staaten gekommen. Ich kam letzte Woche in die Staaten. Bist du letzten Monat in die Staaten gekommen? 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 Nein, ich bin letzten Monat nicht in die Staaten gekommen. Ich kam letzte Woche in die Staaten. Hast du deine Hand verletzt? Hast du deine Hand verletzt? Nein, ich habe meine Hand nicht verletzt. Ich habe mir das Bein verletzt. Hast du deine Hand verletzt? Hast du deine Hand verletzt? Hast du deine Hand verletzt? Nein, ich habe meine Hand nicht verletzt. Nein, ich habe meine Hand nicht verletzt. Ich habe mir das Bein verletzt. Hast du deine Hand verletzt? Nein, ich habe deine Hand verletzt. Ich habe mir das Bein verletzt. Hast du deine Hand verletzt? Nein, ich habe meine Hand nicht verletzt. Ich habe mir das Bein verletzt. Hat Billy das Gras geschnitten? Nein, er hat das Gras nicht geschnitten. Nein, er hat das Gras nicht geschnitten. Ruth hat das Gras geschnitten. Hat Billy das Gras geschnitten? Nein, er hat das Gras nicht geschnitten. Ruth hat das Gras geschnitten. Ruth hat das Gras geschnitten. Hat Billy das Gras geschnitten? Nein, er hat das Gras nicht geschnitten. Ruth hat das Gras geschnitten. Nein, er hat das Gras nicht geschnitten. Ruth hat das Gras geschnitten. Hat das Auto das Kind getroffen? Hat das Auto das Kind getroffen? Nein, es hat das Kind nicht getroffen. Nein, es hat das Gras geschnitten. Das Auto traf einen Baum. Hat das Auto das Kind getroffen? Nein, es hat das Gras geschnitten. Nein, es hat das Kind nicht getroffen. Nein, es hat das Kind nicht getroffen. Das Auto traf einen Baum. Hat das Auto das Kind getroffen? Nein, es hat das Kind nicht getroffen. Das Auto traf einen Baum. Hat das Auto das Kind getroffen? Nein, es hat das Kind nicht getroffen. Das Auto traf einen Baum. Hat der Bauch die Bücher hierher gelegt? Hat der Bauch seine Bücher hierher gelegt? Nein, er hat seine Bücher hier nicht hingelegt. Ruth legte die Bücher hier hin. Hat der Bauch die Bücher hierher gelegt? Hat der Bauch seine Bücher hierher gelegt? Nein, er hat seine Bücher hier nicht hingelegt. Nein, er hat seine Bücher hier nicht hingelegt. Nein, er hat seine Bücher hier nicht hingelegt. Ruth legte die Bücher hier hin. Ruth legte die Bücher hier hin. Hat der Bauch seine Bücher hierher gelegt? Nein, er hat seine Bücher hier nicht hingelegt. Ruth legte die Bücher hier hin. Wann bist du nach Hause gekommen? Wann bist du nach Hause gekommen? Ich bin vor einer Stunde nach Hause gekommen. Ich bin vor einer Stunde nach Hause gekommen. Wann bist du nach Hause gekommen? Wann hast du zum Mittag gegessen? Wann hast du zum Mittag gegessen? Wann hast du zum Mittag gegessen? Wir haben vor zwei Stunden zum Mittag gegessen. Wann hast du zum Mittag gegessen? Wir haben vor zwei Stunden zum Mittag gegessen. Wann hast du zum Mittag gegessen? Wir haben vor zwei Stunden zum Mittag gegessen. Wann hast du an deine Familie geschrieben? 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 Wann verkaufte Jerry sein Auto? Wann verkaufte Jerry sein Auto? Er hat sein Auto vor zwei Wochen verkauft? Wann verkaufte Jerry sein Auto? 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 Er hat sein Auto vor zwei Wochen verkauft. Er hat sein Auto vor zwei Wochen verkauft. Wann hast du dieses Buch gelesen? Wann hast du dieses Buch gelesen? Wann hast du dieses Buch gelesen? Ich habe es vor einigen Jahren gelesen? Ich habe es vor einigen Jahren gelesen. Ich habe es vor einigen Jahren gelesen. Wie lange hast du Englisch gelernt? Ich habe drei Jahre lang Englisch gelernt. Wie lange hast du Englisch gelernt? Wie lange hast du Englisch gelernt? Ich habe drei Jahre lang Englisch gelernt. Ich habe drei Jahre lang Englisch gelernt. Wie lange hast du Englisch gelernt? Ich habe drei Jahre lang Englisch gelernt. Ich habe drei Jahre lang Englisch gelernt. Wie lange hat Gene Chemie gelernt? Er hat zwei Jahre lang Chemie gelernt. Wie lange hat Gene Chemie gelernt? Er hat zwei Jahre lang Chemie gelernt. Er hat zwei Jahre lang Chemie gelernt. Wie lange bist du in Paris geblieben? Wir blieben zwei Tage in Paris. Wie lange bist du in Paris geblieben? Wie lange bist du in Paris geblieben? Wir blieben zwei Tage in Paris. Wir blieben zwei Tage in Paris. Wir blieben zwei Tage in Paris. Wie lange haben Sie mit Jerry gesprochen? Wie lange haben Sie mit Jerry gesprochen? Sie sprachen mehrere Stunden mit Jerry. Sie sprachen mehrere Stunden mit Jerry. Wie lange haben Sie mit Jerry gesprochen? Wie lange haben Sie mit Jerry gesprochen? Sie sprachen mehrere Stunden mit Jerry. Sie sprachen mehrere Stunden mit Jerry. Wer hat den Kuchen gebacken? 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 Ruth. Ruth hat den Kuchen gebacken? Ruth hat den Kuchen gebacken. Wer hat diesen Kuchen gebacken? Ruth. Ruth hat diesen Kuchen gebacken. Wer hat diesen Kuchen gebacken? Wer hat diesen Kuchen gebacken? Ruth. Ruth. Ruth hat diesen Kuchen gebacken. Ruth. Ruth hat diesen Kuchen gebacken. Ruth. Ruth hat diesen Kuchen gebacken. Ruth hat diesen Kuchen gebacken. Wer hat das Glas zerbrochen? PBS der Kuchen gebacken. Wer hat das Glas zerbrochen? Wer hat das Glas zerbrochen? Whoων verursacht ya? Belly, Belly brach das Glas. Wer hat das Glas zerbrochen? Belly, Belly brach das Glas. Wer hat das Glas zerbrochen? Belly, Belly brach das Glas. Wer gab Belly diese Süßigkeiten? Ich, ich gab Belly diese Süßigkeiten. Ich, ich gab Belly diese Süßigkeiten. Wer gab Belly diese Süßigkeiten? Wer gab Belly diese Süßigkeiten? Wer gab Belly diese Süßigkeiten? Wer hat die Sandwiches gegessen? Ich, ich gab Belly diese Süßigkeiten. Wer gab Belly diese Süßigkeiten? Ich, ich gab Belly diese Süßigkeiten. Wer hat die Sandwiches gegessen? Wir, wir aßen die Sandwiches. Wer hat die Sandwiches gegessen? Wir, wir aßen die Sandwiches. Wer hat die Sandwiches gegessen? Wir, wir aßen die Sandwiches. Wer hat die Sandwiches gegessen? Wir, wir aßen die Sandwiches. Wer hat die Geschichte gelesen? Ihre Mutter, ihre Mutter las die Geschichte. Wer hat die Geschichte gelesen? Wer hat die Geschichte gelesen? Ihre Mutter, ihre Mutter las die Geschichte. Wer hat die Geschichte gelesen? Ihre Mutter, ihre Mutter las die Geschichte. Wer hat die Zeitung genommen? Jim, Jim nahm die Zeitung. Wer hat die Zeitung genommen? Jim, Jim nahm die Zeitung. Jim, Jim nahm die Zeitung. Canntest du Herrn Thomas vor einem Jahr? Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Kanntest du Herrn Thomas vor einem Jahr? Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Hattest du vor Jahren ein Auto? Ja, ich habe vor einigen Jahren ein Auto. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, ich habe vor einigen Jahren ein Auto. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Oder wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, wir kannten Herrn Thomas vor einem Jahr. Ja, ich habe vor einem Monat Urlaub gemacht. Ja, ich habe vor einem Monat Urlaub gemacht. Ja, ich habe vor einem Monat Urlaub gemacht. Hat Ruth vor einer Weile das Auto genommen? Ja, sie hat vor einer Weile das Auto genommen. Ja, sie hat vor einer Weile das Auto genommen. Hat Ruth vor einer Weile das Auto genommen? Ja, sie hat vor einer Weile das Auto genommen. Ja, sie hat vor einer Weile das Auto genommen. Ja, sie hat vor einer Weile das Auto genommen. Hat Jerry dir etwas Geld gegeben? Ja, er hat mir etwas Geld gegeben. Hat Jerry dir etwas Geld gegeben? Ja, er hat mir etwas Geld gegeben. Ja, er hat mir etwas Geld gegeben. Haben die Kinder gestern ihre Fahrräder gefahren? Ja, sie sind gestern mit den Fahrrädern gefahren. Haben die Kinder gestern ihre Fahrräder gefahren? Ja, sie sind gestern mit den Fahrrädern gefahren. Ja, sie sind gestern mit den Fahrrädern gefahren. Haben die Kinder gestern ihre Fahrräder gefahren? Haben die Kinder gestern ihre Fahrräder gefahren? Ja, sie sind gestern mit den Fahrrädern gefahren. Hast du heute Morgen deine Schlüssel vergessen? Hast du heute Morgen deine Schlüssel vergessen? Ja, ich habe heute Morgen meine Schlüssel vergessen. Ja, ich habe heute Morgen meine Schlüssel vergessen. Ja, ich habe heute Morgen meine Schlüssel vergessen. Hast du heute Morgen deine Schlüssel vergessen? Ja, ich habe heute Morgen meine Schlüssel vergessen. Was wirst du machen? Was wirst du machen? Ich werde das Geschirr abwaschen. Ich werde das Geschirr abwaschen. Was wirst du machen? Was wirst du machen? Ich werde das Geschirr abwaschen. Ich werde das Geschirr abwaschen. Was wird Ahmed tun? Was wird Ahmed tun? Er wird spazieren gehen. Was wird Ahmed tun? Er wird spazieren gehen. Was werden wir machen? Was werden wir machen? Wir werden unsere Freunde besuchen. Ich werde unsere Freunde besuchen. Was werden wir machen? Ich werde unsere Freunde besuchen. Was werden wir machen? Was werden wir machen? Wir werden unsere Freunde besuchen. Was werden wir machen? Wir werden unsere Freunde besuchen. Was machen die Kinder? Sie werden ins Bett gehen. Was machen die Kinder? Sie werden ins Bett gehen. Sie werden ins Bett gehen. Was machen die Kinder? Sie werden ins Bett gehen. Was machen die Kinder? Sie werden ins Bett gehen. Was wird Anne tun? Sie wird einen Brief schreiben. Was wird Anne tun? Sie wird einen Brief schreiben. Wann wirst du gehen? Wann wirst du gehen? Wir werden bald gehen. Wann wirst du gehen? Wann wirst du gehen? Wir werden bald gehen. Wir werden bald gehen. Wann kommt Anne an? Wann kommt Anne an? Sie wird morgen ankommen. Sie wird morgen ankommen. Wann kommt Anne an? Wann kommt Anne an? Wann kommt Anne an? Wann kommt Anne an? Sie wird morgen ankommen. Wann essen die Kinder? Wann essen die Kinder? Sie werden bald essen. Wann essen die Kinder? Sie werden bald essen. Wann essen die Kinder? Sie werden bald essen. Wann essen die Kinder? Wann essen die Kinder? Sie werden bald essen. Wann wird Jim die Arbeit machen? Er wird die nächste Woche dorthin gehen. Wann wird Jim die Arbeit machen? Er wird die nächste Woche dorthin gehen. Wann wird Jim die Arbeit machen? Wann wird Jim die Arbeit machen? Er wird die nächste Woche dorthin gehen. Wann wird Jim die Arbeit machen? Er wird die nächste Woche dorthin gehen. Er wird die nächste Woche dorthin gehen. Wann besucht Anne ihre Freunde? Sie werden sie bald besuchen. Sie wird sie bald besuchen. Wann besucht Anne ihre Freunde? Sie werden sie bald besuchen. Sie wird sie bald besuchen. Wann wirst du Urlaub machen? Wann wirst du Urlaub machen? Ich werde nächsten Sommer Urlaub machen. Wann wirst du Urlaub machen? Ich werde nächsten Sommer Urlaub machen. Ich werde nächsten Sommer Urlaub machen. Wird Ahmad heute studieren? Nein, er wird heute nicht studieren. Er wird morgen studieren. Wird Ahmad heute studieren? Nein, er wird heute nicht studieren. Er wird morgen studieren. Wird Ahmad heute studieren? Er wird morgen studieren. Gehen die Kinder spazieren? Nein, sie werden nicht spazieren gehen. Sie werden drinnen spielen. Gehen die Kinder spazieren? Nein, sie werden nicht spazieren gehen. Sie werden drinnen spielen. Gehen die Kinder spazieren? Nein, sie werden nicht spazieren gehen. Sie werden drinnen spielen. Nein, sie werden drinnen spielen. Sie werden drinnen spielen. Wird Ahmad morgen gehen? Nein, sie wird morgen nicht gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Wird Anne morgen gehen? Nein, sie wird morgen nicht gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Wird Anne morgen gehen? Nein, sie wird morgen nicht gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Wird Anne morgen gehen? Wird Anne morgen gehen? Nein, sie wird morgen nicht gehen. Nein, sie wird morgen nicht gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Sie wird als nächstes schwach gehen. Werden wir heute Abend einen Film sehen? Werden wir heute einen Film sehen? Nein, wir werden heute Abend keinen sehen. Nein, wir werden heute Abend keinen sehen. Wir werden morgen eins sehen. Wir werden morgen eins sehen. Werden wir heute Abend einen Film sehen? Werden wir heute einen Film sehen? Nein, wir werden heute Abend einen Film sehen? Nein, wir werden heute Abend keinen sehen. Nein, wir werden heute Abend keinen sehen. Wir werden morgen eins sehen. Werden wir heute Abend einen Film sehen? Nein, wir werden heute Abend keinen sehen. Wir werden morgen eins sehen. Werden wir heute Abend einen Film sehen? Nein, wir werden heute Abend keinen sehen. Werde ich heute einkaufen gehen? Nein, du gehst heute nicht einkaufen. Du gehst nächsten Montag einkaufen. Werden wir heute einkaufen? Werden wir heute einkaufen gehen? Nein, du gehst heute nicht einkaufen. Nein, du gehst heute nicht einkaufen. Nein, du gehst heute nicht einkaufen. Werden wir heute einkaufen gehen? Werden wir heute einkaufen gehen? Nein, du gehst heute nicht einkaufen. Du gehst nächsten Montag einkaufen. Wird es morgen regnen? Nein, morgen wird es nicht regnen. Nein, morgen wird es nicht regnen. Es wird heute regnen. Es wird heute regnen. Es wird heute regnen. Wird es morgen regnen? Nein, morgen wird es nicht regnen. Es wird heute regnen. Wird es morgen regnen? Nein, morgen wird es nicht regnen. Nein, morgen wird es nicht regnen. Es wird heute regnen. Ich werde Fernsehen schauen. Du wirst Fernsehen. Ahmad wird Fernsehen. Ich werde Fernsehen schauen. Ich werde Fernsehen schauen. Du wirst Fernsehen. Du wirst Fernsehen. Anta so fa tu shahidu tilfaz. Ahmad wird Fernsehen. Ahmad. Ahmad wird Fernsehen. Ahmad so fa yushahidu tilfaz. Ich werde Fernsehen schauen. Ich werde Fernsehen schauen. Du wirst Fernsehen. Ahmad wird Fernsehen. Ahmad wird Fernsehen. Ich werde Fernsehen schauen. Ich werde Fernsehen schauen. Du wirst Fernsehen. Du wirst Fernsehen. Ahmad wird Fernsehen. Ahmad. Ahmad wird Fernsehen. Studieren Sie die Lektion? Studieren Sie die Lektion. Ahmad wird die Lektion lernen. Ahmad wird die Lektion lernen. Ahmad Kontopje na besagt. They are the as nicht. They are the as not. Amat wird Fernsehen нов� suspected boot Thursday. Estabiert prends time when they are the as not. Aber den Weg um dann. Ahmad wird Fernsehen. Ahmad wird Fernsehen. Ahmad wird Fernsehen Launch. Ahmad wird Fernsehen vermelden. Ahmad wird Fernsehen vermelden. Studieren Sie die Lektion? Ahmad wird die Lektion lernen. Wiederhole den Satz. Ahmad wird den Satz wiederholen. Wir. Wir werden den Satz wiederholen. Wir. Wir werden den Satz wiederholen. Wiederhole den Satz. Ahmad wird den Satz wiederholen. Wir. Wir werden den Satz wiederholen. Wir werden den Satz wiederholen. Wir. Wir werden den Satz wiederholen. Wiederhole den Satz. Wiederhole den Satz. Ahmad wird den Satz wiederholen. Wir. Wir werden den Satz wiederholen. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Wir werden spazieren gehen. Wir werden spazieren gehen. Wir werden spazieren gehen. Sie. Sie wird spazieren gehen. Spazieren gehen. Wir werden spazieren gehen. Sie. Sie. Sie wird spazieren gehen. Sie. Sie wird spazieren gehen. Sie. Sie. Sie wird spazieren gehen. Beende die Übung. Sie. Sie wird die Übung beenden. Sie. Sie. Sie werden die Übung beenden. Sie. Sie werden die Übung beenden. Sie, Sie werden die Übung beenden. Beende die Übung. Sie wird die Übung beenden. Sie, Sie werden die Übung beenden. Beende die Übung. Sie wird die Übung beenden. Sie, Sie werden die Übung beenden. Wann kaufen Sie Ihre Bücher? Ich werde meine Bücher morgen kaufen. Wann kaufen Sie Ihre Bücher? Ich werde meine Bücher morgen kaufen. Ich werde meine Bücher morgen kaufen. Wann werde ich diese Arbeit beenden? Sie werden dieses Buch bald fertigstellen. Wann werde ich diese Arbeit beenden? Wann werde ich diese Arbeit beenden? Sie werden dieses Buch bald fertigstellen. Wann werde ich diese Arbeit beenden? Sie werden dieses Buch bald fertigstellen. Wann werde ich diese Arbeit beenden? Sie werden dieses Buch bald fertigstellen. Wann wird Jim ankommen? Er wird nächste Woche ankommen. Wann wird Jim ankommen? Wann wird Jim ankommen? Er wird nächste Woche ankommen? Wann wird Jim ankommen? Wann bereitet Ruth das Abendessen vor? Sie wird das Abendessen in einer Stunde vorbereiten? Sie wird das Abendessen in einer Stunde vorbereiten. Wann bereitet Ruth das Abendessen vor? Sie wird das Abendessen in einer Stunde vorbereiten? Sie wird das Abendessen in einer Stunde vorbereiten. Wann bereitet Ruth das Abendessen vor? Sie wird das Abendessen in einer Stunde vorbereiten? Wann werden Sie ein neues Auto kaufen? Wann werden Sie ein neues Auto kaufen? Sie werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen? Wann werden Sie ein neues Auto kaufen? Sie werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen? Wann werden Sie ein neues Auto kaufen? Sie werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen? Wann werden wir Englisch üben? Wann werden wir Englisch üben? Wir werden heute Abend Englisch üben? Wann werden wir Englisch üben? Wir werden heute Abend Englisch üben? Wir werden heute Abend Englisch üben. Wir werden heute Abend Englisch üben. Wann werden wir Englisch üben? Wir werden heute Abend Englisch üben. Wir werden heute Abend Englisch üben? Wirst du morgen deine Bücher kaufen? Wirst du morgen deine Bücher kaufen? Nein, werde ich nicht. Nein, werde ich nicht. Ich werde meine Bücher heute kaufen. Ich werde meine Bücher heute kaufen. Wirst du morgen deine Bücher kaufen? Wirst du morgen deine Bücher kaufen? Nein, werde ich nicht. Ich werde meine Bücher heute kaufen. Wirst du morgen deine Bücher kaufen? Nein, werde ich nicht. Ich werde meine Bücher heute kaufen. Wirst du morgen deine Bücher kaufen? Nein, werde ich nicht. Ich werde meine Bücher heute kaufen. Ich werde meine Bücher heute kaufen. Wird Jim die Arbeit heute beenden? Wird Jim die Arbeit heute beenden? Nein, wird er nicht. Nein, wird er nicht. Er wird es nächste Woche beenden. Er wird sie nächste Woche beenden. Wird Jim die Arbeit heute beenden? Wird Jim die Arbeit heute beenden? Nein, wird er nicht. Nein, wird er nicht. Nein, wird er nicht. Er wird es nächste Woche beenden? Er wird es nächste Woche beenden. Wird Jim die Arbeit heute beenden? Nein, wird er nicht. Er wird es nächste Woche beenden. Wird Jim die Arbeit heute beenden? Nein, wird er nicht. Er wird es nächste Woche beenden. Wird Anne heute Abend ankommen? Nein, sie wird nicht. Sie wird nächsten Freitag ankommen. Sie wird nächsten Freitag ankommen. Wird Anne heute Abend ankommen? Nein, sie wird nicht. Nein, wird sie nicht. Nein, sie wird nächsten Freitag ankommen. Sie wird nächsten Freitag ankommen. Wird Anne heute Abend ankommen? Wird Anne heute Abend ankommen? Nein, sie wird nicht. Nein, wird sie nicht. Sie wird nächsten Freitag ankommen. Werden wir bald ein neues Auto kaufen? Nein, werden wir nicht. Nein, werden wir nicht. Wir werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen. Wir werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen. Werden wir bald ein neues Auto kaufen? Werden wir bald ein neues Auto kaufen? Nein, werden wir nicht. Wir werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen. Werden wir bald ein neues Auto kaufen? Werden wir bald ein neues Auto kaufen? Nein, werden wir nicht. Wir werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen. Werden wir bald ein neues Auto kaufen? Nein, werden wir nicht. Wir werden nächsten Sommer ein neues Auto kaufen. Werden Sie morgen Englisch üben? Nein, Sie werden nicht. Nein, Sie werden heute Englisch üben. Werden Sie morgen Englisch üben? 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 Sollen wir jetzt gehen? Ja, lass uns jetzt gehen. Sollen wir jetzt gehen? Sollen wir jetzt gehen? Ja, lass uns jetzt gehen. Naam, l'nugadili al'an. Sollen wir jetzt gehen? Ja, lass uns jetzt gehen. Sollen wir jetzt gehen? Ja, lass uns jetzt gehen. Sollen wir spazieren gehen? Sollen wir spazieren gehen? Ja, lass uns einen Spaziergang machen. Sollen wir spazieren gehen? Ja, lass uns einen Spaziergang machen. Ja, lass uns einen Spaziergang machen. Ja, lass uns einen Spaziergang machen. Sollen wir spazieren gehen? Ja, lass uns einen Spaziergang machen. Ja, lass uns einen Spaziergang machen. Sollen wir ablegen? Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns ablegen. Sollen wir ablegen? Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns ablegen. Sollen wir ablegen? Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns ablegen. Sollen wir ablegen? Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns ablegen. Sollen wir Kaffee trinken? Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns einen Kaffee trinken. Ja, lass uns ablegen. Sollen wir Kaffee trinken. Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns ablegen. Sollen wir Kaffee trinken? Ja, lass uns ablegen. Sollen wir Kaffee trinken? Ja, lass uns ablegen. Ja, lass uns jetzt üben. Ja, lass uns jetzt üben. Sollen wir ablegen? Lass uns stattdessen spazieren gehen. 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 Sollen wir uns jetzt ausruhen? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen üben. Lass uns stattdessen üben. Sollen wir uns jetzt ausruhen? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen üben. Lass uns stattdessen üben. Lass uns stattdessen üben. Lass uns stattdessen üben. Sollen wir uns jetzt ausruhen? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen üben. Lass uns stattdessen üben. Lass uns stattdessen üben. Sollen wir Kaffee trinken? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Tee trinken. Sollen wir Kaffee trinken? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Tee trinken. Sollen wir Kaffee trinken? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Tee trinken. Sollen wir jetzt gehen? Sollen wir jetzt gehen? Lass uns nicht. Lass uns später gehen. Sollen wir jetzt gehen? Sollen wir jetzt gehen? Lass uns nicht. Lass uns später gehen. Lass uns stattdessen Tee trinken. 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 Lass uns später gehen. Sollen wir Jerry heute besuchen? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Fred besuchen. Sollen wir Jerry heute besuchen? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Fred besuchen. Sollen wir Jerry heute besuchen? Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Fred besuchen. Lass uns nicht. Lass uns stattdessen Fred besuchen. Sollen wir ins Kino gehen? Lass uns nicht gehen. Lass uns nicht. Lass uns stattdessen einkaufen gehen. 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 Lass uns stattdessen einkaufen gehen.